38 Punkte Spirituell hatten wir gebraucht für Geteiltes Leben Adir zum Pool, 3 Trefferpunkte pro Fähigkeitspunkt Sollte also theoretisch besser sein als das hier, hatte ich mal gesagt Aber ich habe vergessen, dass das hier ja jeden einzelnen Charakter heilt um den Wert Und der hier heilt alle zusammen um den Wert, also ist das immer noch ein besserer Heilsauber Der ist halt nur gut, wenn Gerogon noch viele Lebenspunkte hat und die Mädels sind weit runter Denn wenn die Mädels halt auf Maximum gesetzt und eher auf 40% runter Das heißt das hier steigert, nee, 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 nee Tote auferwecken, eine Stunde pro Fähigkeitspunkt Meisterrang dafür Könnte man fast überlegen, ja Welche Punkte hast du denn gerade? Du bist ja schon Meister, ja, nee, dann brauchen wir das gar nicht steigern Meditation Meditation Reparieren Und Keule vielleicht Diese Fähigkeit wird zum anderes Bonus, zum anderes Schaden hinzugefügt Und auf Meisterrang eine Chance zu stunnen Kettenmeister Kettenmeister Das sollten wir als nächstes angehen Letztes Mal hatten wir ja nicht nach dem Kettenmeister gesucht gehabt Weil sie noch nicht hoch genug war, aber das können wir jetzt nachholen Und Ja komm, Kollenmeister Also Spielmeister Kollenmeister Kettenmeister Axtmeister Aber Axtmeister, ne? Ihr wisst ja Da suchen wir schon seit einer Weile nach Also erstmal Blackshire Hier war irgendwo ein Haus Mit einer Kiste davor Da Da müssten die Statuen sein So Tiger, Drache, Wolf, Adler, Bär Mitkommen So Ich erinnere mich In Schmugglerbucht war auf einer Insel so ein Podest Das heißt wir müssten dafür nach Hehe Äh Freehaven Von hier aus nach Osten Da dann zur Insel fliegen Du Flieg Also nach Osten Nach Schmugglerbucht Da zur Insel fliegen Da die Statue abgeben Zurück nach Freehaven Von Freehaven aus nach Süden In den Sumpf der Verdammten Da können wir übrigens nochmal den Zwerg suchen Wir haben nämlich Gerüchte gehört Dass er sich da rumtreiben soll Oh, wir werden angriffen Fliegen Hoch Also suchen wir den in So verdammt nach dem Zwerg Und Nach dem Podest Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern Wo da das Podest gewesen sein sollte Hm Da oben bestimmt irgendwo Da wo es am nervigsten ist hinzukommen Darf es sein Mit dir Jo Okay Und das fleißige Ach macht automatisch Okay Also Eine sind wir schon mal los Du bring uns bitte Nach Freehaven Und fliege uns bitte Zum Sumpf der Verdammten Da war ja auch Eine Zwergmine Und da können wir mal umschauen Ich glaube da gab es sogar Eine Taverne in der Nähe Der anderen Zwergmine Und wir hatten hier immer bei Wo war das andere Genau bei Burg Ironfist Da war in der Nähe der Zwergmine Auch eine Taverne Ich sehe da irgendwie ein Muster Und da hatten wir noch den Zwerg gesucht Aber der Taverne Im Sumpf der Verdammten Halt noch nicht Das sollten wir nachholen Aber es ist echt komisch Dass jeder Neben jeder Zwergmine Eine Taverne ist Vor allem eine Menschen Taverne Haben eine Marktlücke gefunden Fliegen So wo sind wir Hier sind wir Da ist ein Haus Aber ich glaube da waren wir schon mal drin Weg, 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 weg Was sind denn von mir? Und die verfluchen Und wir hoffen mal schneller zu sein Als die Meteore Na jo Bei uns kommt nichts zu machen Oh Äh, Sternfeuer Au Ups Na komm schon Au Lieber doch die Die sind ein bisschen langsamer Genau Weg, 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 weg So Zwerg Kein Zwerg Gepäck Du Entferne dich mal Fluch Technisch selber Hier vielleicht ein Hinterzimmer Ja Ja da ist ein Hinterzimmer Oh oh Lassen die das nicht rein Das ist echt nicht schön Oh Ich will doch nur in Ruhe auf die Karte gucken Jungs So Also So Ne Da ist ne Taverne Da war die Mine Oder war die Mine da unten Ne Gucken wir kurz hin Das ist der Zirkus Vielleicht treffen wir ja einen gewissen Prinzen da Ne Ist weitergezogen Weg Weg Das bauen wir ganz schön schnell hier wieder Weg, 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 weg Ah Snackles Eisenminia Nicht hier drin Na gut Wir Nehmen weiß aus Und suchen jetzt einfach nur das Podest Ich glaube das war irgendwo unten Der Nebel ist echt störend Ist wie bei der Skelette Was war es auch schon Hab hier noch Nö Irgendwie Hab hier noch hinten Ups Genau die da Alle weg Sehr gut Keine Lust durchgehend verflucht zu werden Hast ein Tempel von Bad Du mach bitte das da Geister Kein Podest Karte Ne Da hinten im Westen ist fast gar nichts Das wird sich anbieten Und es wäre auch recht nervig hinzukommen Ohne Fliegen Ja Überall Habchen Da Oh Wir haben vorbeigeflogen Sternfeuer Sternfeuer Stern Weg hier Dann werden wir halt verflucht Wir können immer noch entfluchen später Klick 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 Bist So Die müssen kurz weg Vielleicht eher gesagt als getan 1, 2 Sprüche dürfen wir reichen. Da brauch ich jedes Mal Zauberpunkte, das Garstige. Komm, jetzt grünen wir es da einfach durch, das ist mir auch zu albern. Genau, nicht genug Gold, wir haben noch mal wieder getrunken. Jetzt ist es mir ein Durchbrühen, ich hab es nicht so ganz. Es ist laut. Kegiogon, betrunken wie du bist, stell die Stoppedinger drauf und flieh. Lauf vor den Harpien weg, du Fluch entfernen auf dich. Weg, 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 weg. Du Fluch entfernen auf sie. Hier sind überall nur Geister, ne? Ja. Du Fluch entfernen auf sie. Die Stadt ist neu gespawnt und wir könnten aus Versehen irgendwelche Zivilisten treffen. Also, Flucht nach vorne. Du, Fluch entfernen auf ihn. Den betrunkenen Status ignorieren wir mal. Und du springst uns jetzt nach wo? Da. Nicht genug Zauberpunkte. Sie springt uns nicht im Sinn. Irgendwo war da, genau. Irgendwo war da wie in der Harpien bei. Ist ganz schön kastig hier, wenn man das so bedenkt. Okay, und wenn man auch so unbedacht vorgeht wie ich. Komm, weg mit dir. Hoffen wir, dass ein Vierter ist. Sorry, kommen wir am anderen Tag wieder. Kneipe. Genau. Ich bin Geiz heiß, weil ich von den Skeletten fliehen will. Haus. Hat sie inzwischen noch Zauberpunkte? Ja. Weg. Weg, 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 weg. Gar nicht schön. Kein Stufenaufstieg. Okay, besoffen, verflucht, verflucht, besoffen. Also, äh. Und ich bin in die falsche Stadt gesprungen. Fällt mir gerade auf. Nur so, ob egal, wäre wieder besser gewesen. Aber, äh. Na gut. Wir haben Fluch der... Quatsch. Summ der Verdammten. Wir haben Schmugglerbucht. Fehlt noch Drachensand. Und Kriegsbayer. Und ein anderes auch noch. Sweetwater. Da waren wir noch gar nicht. Die Waffen bitte nicht einpassen. So, weg mit dir. Ja, weg. Weg, weg, weg. Mit dem, ne, weiß ich immer noch nicht, was ich anfangen soll. Das Schild könnte verzaubert werden. Das sind ja keine Zauberpunkte. Die ganzen Sachen sollten auch alle mal verzaubert werden. Aber, zzzz. Oh. Du kannst den Kitsch laden. Du kannst den Kitsch laden. Du kannst den Kitsch laden. Das Ding brauchen wir noch. Das kann weg. Das kann weg. Ja, also Kitsch laden wäre das einzige, was noch fehlt. Äh. Aber erstmal in die Kneipe. Ordentlich schlafen, damit wir Zauberpunkte haben. Und dann springen wir nach Neusorpikal. Da. Kneipe. Gepäck. Schlafen. Kannst du jetzt noch entfluchen? Naja. 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 Das ist nur gerade ein... Genau. Entfluchen. Ja. Geht noch. Sehr gut. Also müssen wir gleich noch. Ist auch egal. Wir... Gucken gleich mal, ob wir nach Dingen springen können. Nach Drachensand oder die Ecke. Sonst müssen wir halt von Blackshire aus fliegen. Hast du einen Sprungpunkt da in der Nähe? Kriegsbayer, Silberfestung, Festung des Kriegsherrn. Burg Ironfist. Welchen Tag haben wir? 7. Juli. Juli haben wir aber noch nicht. Leuchtfeuer zurückrufen. Burg Ironfist. Kriegerfahrt. Juli ist Glück. Es wird aufgeschrieben. Und wenn wir dann einmal rum sind. Mit den ganzen Monaten. Dann können wir auch mal anfangen, die abzufarmen. Das heißt, ich hole meine Liste vor, wo ich alles aufgeschrieben habe. Zwischendurch. Und dann gehen wir jeden Monat irgendwo zu einem der Dinger hin. Zu dem Schrein. Wenn wir dann inzwischen alle Schreine haben. Ich glaube, da fehlen auch noch ein paar. Aber eine Menge haben wir. Nächster Schritt war jetzt. Genau. Drachensand, Kriegsbayer und Sweetwater. Bestoppelung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020